Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen bei Iron Genetics. Ich bin heute in Nusa angekommen und jetzt geht es zum Nationalpark. Und ja, da nehme ich euch mal mit. Bis gleich. Und hier ist der Eingang zum Nusa Nationalpark. Ich bin heute in Nusa. Ich bin heute in Nusa. Ich bin heute in Nusa. Und hier ist der Eingang zum Nusa. Ich bin heute in Nusa. Wir sind hier am Grannis Bay und die Aussicht ist einfach nur wunderschön. Langsam zum Sunshine Beach, wo ich übernachte. Heute ist mein letzter Tag in Nusa und morgen um diese Uhrzeit fliege ich nach Bali und werde die ersten vier Tage. Moment, hier hat man eine super Ausfliegeaufsicht geklappt. Das ist gerade schon lebensflüte, was ich mache. Das ist der Wahnsinn. Hier sind mir leider gerade ein bisschen zu viele Leute. Ich mag das nicht so, wenn ich Fotos mache und 30 Leute im Hintergrund sind. Deswegen gehe ich jetzt mal weiter. Jetzt geht es zurück zu Sunshine Beach. durch den Eukalyptuswald. Vielleicht finde ich hier gleich noch einen Koala. Da hinten sieht man die Sunshine Coast. Ich zoom mal ran. Ja, ganz vorne im Horizont. Das ist eine geile Aussicht von hier. semantic- Hierherrrrrrrrrrhrrrrrrrrrrrrrrrwrrrrrrrrn. Das ist mein Aussicht im Offen-Nationalpark, hier ist der Sunshine Beach. Es ist einfach nur weitläufig hier und traumhaft schön. Aber meine Unterkunft ist hier nicht so geil. Ich habe hier nichts wirkliches gefunden. Über Airbnb, sie müssen sich hier in Russland übernachten. Es ist wirklich eine Analyse scheiße. Es gibt keine Schließfächer, hoffentlich sind meine Wertsachen gleich noch da. Also wirklich schrecklich, aber es sind nur zwei Nächte. Und morgen um diese Uhrzeit bin ich auf dem Flieger nach Bali. Und da habe ich mir die ersten vier Nächte in Ubud eine Villa gemietet. Zum Beispiel, was ich einfach machen werde. Also ich freue mich schon wirklich drüber. Morgen geht das Abenteuer erst richtig los. Bis dann. Na ja, Iron Genetics wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ja, folgt mir auf allen meinen Social Media Kanälen. Für Personal Training, Online Coaching oder für meinen Supplement Shop. Guck dir einfach in die Beschreibung rein. Ja, bis dann. Es geht um. Ja. 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 Vielen Dank.